Hi Leute, willkommen zum vielleicht letzten Part von Donkey Kong Country Returns. Wir sind im goldenen Tempel. Etwas, was wir gerade erst freigeschaltet haben, dadurch, dass wir die Hauptstory abgeschlossen haben, denke ich mal. Und ich weiß, dass das, was uns erwarten wird, vermutlich das schwerste sein wird, was wir jemals lange erlebt haben. Deswegen aktiviere ich mal direkt unser Bonus-Herz und wir starten hinein. Es gibt einen Ausgang. Vermutlich, falls man nicht all diese Kugeln hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass man das nicht freigeschaltet hat, dadurch, dass wir alle K-Level geschafft haben. Vermutlich eher dadurch, dass wir das Spiel abgeschlossen haben. Dadurch, dass wir alle K-Level bereits abgeschlossen haben, können wir die hier einsetzen und den goldenen Tempel dann scheinbar tatsächlich betreten. Ist es nur ein Level? Eine goldene Banane. Davon hast du ja eigentlich schon einige gesammelt in Donkey Kong 64. Jetzt muss ich dich ja gar nicht so krass drüber freuen. Aber hast du wohl schon länger keine mehr gesehen, was? Alles klar. Hallo zu du jeden Banane. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt nur einmalig Didi dabei, oder? Da ist was auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist ein Drecksfliege. Wie komme ich da unten hin? So? Ah, tatsächlich. Puzzleteile Nummer 1 und 5. Es gibt Puzzleteile. Ich mag die nicht. Aber ich muss hier jeden Scheiß einsammeln. Weil es theoretisch ein Puzzleteil geben könnte. Gibt es aber nicht. Was bist du denn? Oh Gott. Okay, zumindest ein Herz wieder zurück. Das heißt, Didi stirbt jetzt nicht direkt. Zumindest noch nicht. Oh, es gibt hier kein Didi-Fassist. Ich muss das rein theoretisch gleich ohne Didi machen. Okay, ich muss die alle einsammeln hier. Bitte nicht! Ich will das nicht! Was ist denn das denn? Ja, ist klar. Übertreib doch. Okay. 2 von 5. Diese Dreckschussviecher sind echt das Nervigste bislang. Ja, du mich auch. Verpiss dich. Okay, hast du es gebracht, alle zu kämen? Scheinbar nicht. Aber wir haben wieder volles Leben. Da muss ich alle sammeln. Und der? Okay, 3 von 5. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Warum tue ich das? Ich hatte volles Leben. Das war's mit Didi. Und damit wird's ab jetzt der Horror. Ab jetzt wird es der Horror. Ich hätte es vielleicht sogar im First Try schaffen können. Wir waren über die Hälfte, was die Puzzleteile anbelangt. Und mit Didi konnte ich dem Scheiß hier wunderbar ausreichen. Es ist jetzt, wie gesagt, Geschichte. Piss dich. Piss dich. Oh Gott, es wird der Horror. Es wird der Horror. Es wird der Horror. Warum tue ich das? Warum bin ich so dumm gewesen? Ja, super. Ich muss das im First Try mit Didi durchbringen. Ich muss jetzt raus und sie die holen, neu rein und es im First Try schaffen. Und mir ein neues Herz kaufen ist doch zum Kotzen. Das war so schön. Das war so schön. Und dann springe ich voll live in der Schlucht. Vollkommen unnötig. Vollkommen unnötig. Jeden Herz? Ist hier irgendwo was versteckt? Wäre sehr geil, wenn ich irgendwo was verpasst hätte. Also eigentlich ist das nicht geil, wenn man was verpasst. Aber es wäre aus dem Grunde sehr geil, wenn ich was verpasst hätte, weil ich dann schon bei 4 von 5 wäre. Scheiße, ey. Mal hier das Herz? Nein. Mal hier das Herz? Bestimmt. Mal hier, wo die Ressauernes waren. Mal hier, wo die Ressauernes waren. Mal hier, wo die Ressauernes waren. So ignorieren. Das habe ich alles schon gesammelt. Also weiter. Mal hier bin ich gestorben. Mal hier. Also das ist so simpel diese Stelle gewesen. Mit Didi wäre ich da so simpel rübergekommen. Ich hätte das so locker weiterschaffen können. Und ich vollidiot schaffe die simpelsten Sprung dann nicht. Das rächt mich so auf. Aber gut, wäre auch langweilig gewesen. Und jeder 5 Minuten durch das Schwerste, der wir durchgerusht werden. Aber. Das war halt so unnötig. Das war halt so unnötig. Warum lasse ich mich nicht einfach treffen? Das gibt doch kurz danach ein Herz. Warum tue ich das? Warum tue ich mir das jetzt ohne Didi an? Einfach, weil es total langweilig wäre, jetzt rauszugehen. Darum, ja? Ein bisschen Ehrgeiz habe ich auch. Auch im letzten Level noch. Auch wenn ich heute 6 Stunden schon am Aufhören bin. Weil ich vorproduzieren muss. Motivation ist noch da. Sie könnte im Laufe des Levels schwinden. Dann werde ich cutten. Aber noch ist das nicht der Fall. Sind wir ja auch nicht so wirklich lang am Start. Okay, eigentlich hätte ich mich hier treffen lassen. Egal. Gibt es eh wieder Leben. Okay. Oh. Okay. Okay. Kein viertes Kurseteil. Fickt euch alle. Das ist das vierte Kurseteil. Warum denn? So schlimm sind die nicht. Brauch ich gar nicht. Okay, das wird jetzt nicht einfacher. Dem sollte ich mir bewusst sein. Das hat doch nichts mit dem letzten Kurseteil zu tun. Oh shit. Orangen! Oh shit. Was ist in meinem Kopf grad falsch gewesen? Aber das wirkt jetzt halt nicht unschaffbar, ne? Ich mein, ich bin ja relativ schnell so weit gekommen. Auch ohne die. Ich mein, ich bin ja relativ schnell so weit gekommen. Komm, ich bin jetzt. Tschüss. Zum Glück schießt jeder nur einmal. Und taucht dann nicht plötzlich nochmal auf oder so. So. Verpiss dich! Verpiss dich! Alles gut. Oh, ich verstehe hier gar nicht. Okay. Okay. Das war eine der schwierigeren Stellen, fand ich. Guck mal, das geht. Klar. So, dem Kranke wird uns jetzt auch sparen. Piss dich! Geht ihr euch alle auf. Na klar, es ist nicht das letzte Kurseteil in Ehre. Wer ist? Mach es durch! Was? War's das? Oh mein Gott! Das war's? Was? Das war's? What? Und ich hab mir Angst. Ich hatte Angst vor dem Level. Ich sag dir doch, das wird der Horror. Das wusste ich bereits. Übrigens hab ich bereits mitbekommen. Du kannst nur in jedem beliebigen Level im Spiegelmodus spielen. Dabei wird Donkey Kong nicht von seinem Kumpel. Diddy Kong unterstützt und kann auch keine Alters aus dem Inventar verwenden. Um das Ganze noch etwas schwieriger zu machen, hat er nur ein Herz. Viel Glück. Für die Leute, die die 200% im Spiel machen wollen. Für die ist das da. Wir haben die 100% gemacht, wie wir auch gleich im Level-Auswahlbildschirm sehen sollten. Die Puzzleteile zählen übrigens zu gar keinen Prozenten dazu. Weder zu den 100 noch zu den 200%. Die sind völlig optional nur für die Bildergalerie. Die 100% hat man erreicht, wenn man dieses Level hier geschafft hat. Denn dieses Level kann man nur schaffen, wenn man alle K-Level geschafft hat. Und alle K-Level kann man nur schaffen, wenn man alle KONG-Buchstaben gefunden hat. Dadurch kriegt man die 100%. Die 200% kriegt man, wenn man alle Level dann noch einmal im Dingensmodus spielt, im Spiegelmodus spielt. Der Zeitmodus, den es auch noch gibt, sowohl wie die Puzzleteile, sind völlig optional und haben keinerlei Bedeutung auf Prozentanzeigen. Dadurch können wir jetzt tatsächlich einmal noch die Level-Statistik öffnen und sehen, wir haben hier alles, wir haben hier alles, wir haben hier alles, hier, 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 hier und hier auch. Und damit hätten wir sogar ohne das Bonus-Herz dieses letzte Gold der Tempel-Level geschafft. Wir waren nicht einmal auf ein Herz runter. Dann nehmen wir das Ganze. Und schauen noch einmal kurz in die Bildergalerie. Ähm... Von daher... Sehen wir da unten. Behind 100% damit zusammen. Wir haben alle KONGs und alle Puzzleteile wieder nochmal mitgeteilt. Moment. Ich wollte hier eigentlich genau in die Extras. Und da haben wir die Bildergalerie. Welt 1 oder was ist das? Ne, hier, Kreaturen. Froschler, Papageier, Swicky und ein Freund. Knabberhai, Tentaklaus, Starksler, Kolibroben, Familie, Flattermann, Krabbler, tierischer Helfer und da sind wir wieder beim Froschler. Das sind alle Kreaturen. Dann gehen wir in die Bilder. Welten. Dschungelwasserfälle. Dschungelstatuen. Piraten voraus. Unterwasserabenteuer. Ruinen. Bambuswald. Russierenklippen. Farndoser. Fabrikeingang. Vulkanerubition. Dschungelwasserfälle. Dschungelstatuen hatten wir schon. Äh, gut. Dann rüber. Kreaturen 2. Hier haben wir. Kalmakanone. Käfigbärchen und seine Freunde. Kabumtiki. Richterkumpel. Schwirrbeißer. Familie Mampf. Skilleturex. Gell, Knochenkopfkahl. Knochenkopfkahl. Koala. Roborantlanger. Und dann sind wir wieder bei der Kalmakanone. Die Kongs. Dort habe ich noch nicht alles freigeschaltet. Nur der Entschlossensdafo kann dieses Item freischalten. Ich gehe mal davon aus, dass man die dann für die 200% bekommt. Vor der Hütte. Inselpanorama. Tutorialschwein. Trautes Heim. Crankys Laden. Armeenportrait. Und wieder vor der Hütte. Da haben wir die Tickys. Auch da fehlen uns dann welche. Wir haben die Schreisäulen. Wir haben Flattertiki. Wir haben Panzertiki. Wir haben Hüpf-Tiki. Wir haben Fakettiki. Wir haben Tiki-Entwurf. Wir haben Tiki-Aufstellung. Wir haben früher Lava-Tiki-Entwurf. Wir haben Schreisäulen. Wir haben Flattertiki. Panzertiki. Hüpf-Tiki? Hatten wir schon. Ich glaube, ich bin schon wieder öfter durch. Ja. Goldener Tempel. Den goldenen Tempel haben wir über den Wolken. Bananenachterbahnen. Papier-Ausschnitte. Ich glaube, das sind verschiedene Konzeptzeichnungen, wie der goldene Tempel hätte aussehen können. Verrückte Glöcke. Zauberhafte Pudding-Welt. Jetzt. Virtual Boy-Minenfahrt. Goldener Tempel. Bananen-Pudding mit Keksen. Und das müsste es gewesen sein, ne? Das letzte hier war Bananen-Pudding mit Keksen. Auch hier haben wir noch einen Schlüssel-Stuff. Der kann dieses alte Gefall schalten. Bösewichte. Das müssten die Boss-Gegner sein. Grässli hieß er. Es waren also doch zwei unterschiedliche. Fangen wir beide mit G an und sehen relativ gleich aus. Die fiesen Land-Krabben-True. Bomberich. Oberkumpel Otto. Maulwurf-Kumpel. Mangurugi. Garstli. Oberst Pluster. Turm des großen Tiki. Also der große Tiki selbst. Und als letztes haben wir noch den Bonus. Dort haben wir Rambi. In einem sehr frühen Design-Wies-Ausseh-Strandbrücke. Aalangriff auf dem Leuchtturm. Das hat alles leider nicht ins Spiel geschafft. Genauso wie die Bernsteinhöhle. Der redet allerdings schon das Puhu-Puhu-Tamus. Baumwippeldorf. Das Bomberdorf hat man übrigens, ja, in Mario Kart 8 als DLC-Stacke gehabt. Klippen bei Dämmerung. Nostalgie-Fabrik. Sonnige Feuerbanane. Und Tempel-Monument. Jetzt habe ich den Bonus durch. Können wir noch mal kurz in die Musikgalerie schauen. Da könnte man sich jetzt rein theoretisch alle Musikstücke der jeweiligen Welten anschauen. Aber, ganz ehrlich, wir haben all die Musik schon mal gehört. Die müssen wir natürlich noch mal anhören. Wenn ihr das Let's Play verfolgt habt, dann solltet ihr nahezu alle diese Musikstücke schon mal gehört haben. Und daher machen wir nur die Sternchen für neu einmal weg, indem wir hier einmal öffnen. Und ihr seht dadurch, ja, die Namen. Ich denke, wenn da Returns hinter steht, in Klammern, dann ist es quasi ein geremaketes Musikstück. Ich hoffe, es ist schon mal einen älteren Donkey Kong Country gegeben hat, aber hier eben, ja, geremaked wurde. Und da haben wir noch die Dioramen. Einmal von der ersten Welt. Donkey Kong auf einem Elefanten, was so niemals passiert ist, aber schick zu sehen. Welt 2, dort gab es den Riesen-Oktopus. War sicherlich auch, ja, für die Welt relativ repräsentativ. Hier hatten wir die Bärchen, die auch für die Welt relativ repräsentativ waren, wie ich fand. In der Höhle. Das waren ja alles Lohrenlevel, deswegen werden wir da wahrscheinlich auch in der Lohre sitzen, jawoll. Und von den Maulwürfen verfolgt werden. Wir haben den Wald. Dort sind wir umgeschlagen, hier hat Diddy sogar seine Erdnusskanonen aus Donkey Kong 64. Und eben auch aus Smash Plus. Was eine coole Idee ist, finde ich. Äh, da haben wir den Boss. Den guten Ghastly. In der Fabrik. Und das ist definitiv die Veranlehnung an das Arcade Donkey Kong. Wenn er die Fässer da den Berg hinunterwirft. Und für die letzte Welt. Der Vulkan. Da haben wir den großen Tiki. Und auch da hat Diddy Kong wieder eine seiner Kanönchen am Start. Und das war der erste Extra-Kapitel. Also, wir sind ein bisschen schneller mit dem letzten Level durchgekommen, als ich erwartet habe. Ich bin davon ausgegangen, dass ich cutten muss. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich Diddy holen muss. Dass das so funktioniert, hätte ich nicht erwartet. Von daher sind wir jetzt, wie gesagt, durch. Wir haben die 100% geschafft. Ich bin sehr zufrieden. Und kann an dieser Stelle eigentlich nur sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Let's Play. Wenn ihr von diesem Let's Play nicht genug bekommen konntet, dann kann ich euch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, natürlich mein Let's Play zum Donkey Kong Country Tropical Freeze ans Herz legen. Welches wir damals zum Release auf der Wii U ebenfalls mit allen Puzzleteilen und allen KONGs und allen Spezialwelten gespielt haben. Wir haben eben auch zu denselben 100% wie jetzt. Secret Access gab es da ja auch. Und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge noch neu dazugekommen als Nachfolger von diesem Spiel. Eigentlich erst ins Herz legen, den neuesten Switch-Teil. Also, was ist denn neuesten Switch-Teil? Das Remake, das Remaster, wie auch immer von Tropical Freeze werden wir nicht Let's Playen, da wir es eben schon zu 100% auf der Wii U Let's Played haben. Bis auf den Funky Mode, der einfach nur ein Easy Mode ist, ist halt nichts Neues dazugekommen. Von daher, ja, brauchen wir das nicht nochmal Let's Playen, weil wir wollen nicht dasselbe Spiel nochmal einfach Let's Playen. Das heißt, Funky Mode macht für uns keinen Sinn. Und da wir ansonsten alles schon gesehen haben, konzentriere ich mich lieber auf Spiele wie dieses hier, welches wir eben noch nicht Let's Played haben, statt auf Spiele ein zweites Mal zu Let's Playen, die wir schon einmal vollständig gemacht haben. Von daher, ja, wird es vielleicht irgendwann mal eine Switch-Version-Let's Play-Kram davon geben, aber erstmal kommen andere Spiele, da habe ich noch genug andere auf dem Schirm. Und ansonsten kann ich dem Spiel eigentlich nur dasselbe Fazit geben. Ich habe da eigentlich schon Fazit im Spiel gegeben. Ich mag die, ich mag das Spiel sehr, sehr gerne. Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Allerdings, Tropical Freeze ist dem Ganzen noch einiges voraus. Nicht nur, weil die Level natürlich ein bisschen hübscher, alles AD, klar. Ähm, und auch ein bisschen abwechslungsreicher sind. Wobei, abwechslungsreicher muss ich nicht unbedingt sagen. Abwechslungsreich war das Spiel ja auch. Es war ein bisschen viel Schnee in Tropical Freeze. Aber das ist ja auch das Hauptsetting des Spiels. Dafür gab es hier halt keine Eiswelt. Dafür hat man quasi Tropical Freeze mit dem Eiswelt-Thema quasi so ein ganzes Spiel gestrickt. Auch wenn es eigentlich nur die letzten anderthalb Welten damit bestückt sind. Aber trotzdem, man hat ein paar Settings verwendet, die man hier nicht benutzt hat. Der größte Kritikpunkt nach wie vor ist nämlich die Bewegungssteuerung. Die geht gar nicht. Und ab und zu habe ich so das Gefühl, als wenn der A-Knopf auch nicht so hundertprozentig reagiert. Also so ganz zufrieden bin ich mit Steuerung und Co. von dem Spiel nicht. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr brillantes Spiel für mich. Nach Tropical Freeze das beste 2D Jump'n'Run, das ich bis heute gespielt habe. Und das trotz Bewegungssteuerung. Ohne Bewegungssteuerung wäre es nochmal ein Tick besser. Also, ja, wenn es einfach nur Möglichkeit gegeben hätte, das blöde Schütteln, Stampfen, äh, nicht das Schütteln, sondern das Stampfen, das Pusten und das Rollen einfach auch per Knopf Druck machen zu können. Und nicht einfach nur ausschließlich per Schütteln, dann wäre es wirklich nochmal ein Ticken besser gewesen. Aber so ist es wieder trotzdem genial für mich das zweitbeste Jump'n'Run, 2D Jump'n'Run, was ich hier gespielt habe. Also, obwohl ich 2D Jump'n'Rants gar nicht so gerne mag. Also, das war's von, ja, Donkey Kong Country Returns. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß, schaltet auch in den nächsten Projekten wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.